Musik Oh, Entschuldigung. Hallo, ich bin der Wilhelm. Servus. Es freut mich auf diesem Weg endlich eine Frau für meinen Urlaub kennenzulernen. Kurz zu meiner Person. Ich bin ein gemütlicher, nekrophiler Nationalsozialist. Und in meinem Beruf als Leichenwäscher kann ich meiner Neigung auch ganz gut nachgehen. Ich muss dazu sagen, ich bin zurzeit arbeitslos, aber hier in meinem Reich, in meiner Wohnung, wasche ich die eine oder andere Leiche schwarz. Aber nur die Leichen von Freunden, versteht sich. Suche eine Frau für eine Urlaubsreise, wie soll die Dame sein? Mir ist wichtig, humorlos, starke Raucherin, sehr behaart. Und sehr, sehr alt. Eine Kreisehnsuche. Du musst also nicht tot sein, um mit mir auf Urlaub zu fahren, aber eine gewisse Regungslosigkeit wäre schon von Vorteil. Ich sage immer, Komapatientin erwünscht. Also, wenn du dich jetzt in mich verliebt hast, wovon ich ausgehe, dann schreibe eine Postkarte. Wenn du eine Postkarte schreibst, dann kannst du dich jetzt schon als gefickt betrachten. Entschuldigung. Keiner Scherz. Ja, schreibe eine Postkarte. Und zwar an Willkommen Österreich. Urlaubsflirt, Kennwort. Die letzte Reise. Also, Lady. Bis bald. Die letzte Reise ist ein paar formen. Bis bald. Jake schreibt